10. Dezember So verschieden sie waren, so traten sie auch ein. Mutig, schüchtern, dreist, linkisch, schiebend oder stoßend. Im Rhythmus des Geigenspiels stoben an die 20 Paare den Raum hinauf und hinunter. Die Gesellschaftstänzer aufs Chaotischste ausgereizt, standen die Paare meist an der falschen Stelle. Alle wollten vorne stehen, keiner mochte das hinterste Paar sein. Fezziwick klatschte in die Hände, rief »Bravo«, als Zeichen dafür, dass der Tanz beendet war. Schnell nutzte der Fiedler die Pause, um sein glühendes Gesicht in einem Krug Porter abzukühlen, der eigens zu diesem Zwecke dastand. Dann folgten noch viele Tänze, Kuchen und Punsch. Man brachte ein großes Stück kalten Rostbraten, gesottenes Fleisch, Fleischpasteten und Bier. Der Knaller des Abends war jedoch, als der Fiedler zum Großvatertanz Sir Roger de Coverley aufspielte. Da erhob sich der alte Fezziwick, um seine Frau zum Tanz aufzufordern. Als erstes Paar hatten sie ein gehöriges Stück Arbeit vor sich. Denn es folgten drei oder vierundzwanzig Paare, die mittanzen wollten. Alles Leute, mit denen nichts zu spaßen war. Leute, die tanzen wollten. Sich keinesfalls mit kleinen Schritten begnügten. Doch Fezziwick und seine Gattin waren allen gewachsen. Pünktlich um elf Uhr wurde der Hausball beendet. Mr. und Mrs. Fezziwick stellten sich an die Tür und drückten den hinausgehenden Leuten herzlich die Hand und wünschten ihnen frohe Weihnachten. Den beiden Lehrlingen wünschten sie ebenfalls ein frohes Fest. Jedoch verließen die beiden nicht das Haus, weil sich ihre Lagerstatt unter einem Zahltisch im Hinterladen befand. »Es braucht nicht viel, um diese einfachen Menschen mit so viel Dankbarkeit zu erfüllen,« sagte das Gespenst. »Eine Kleinigkeit,« erwiderte Scrooge. »Naja, ist es nicht so? Nur drei oder vier Pfund eures stablichen Geldes hat er ausgegeben. Verdient er deshalb so viel Lob?« Scrooge ereiferte sich. »Das ist es nicht. Ihm allein mag es gelingen, uns glücklich oder unglücklich zu machen, uns die Arbeit zu erleichtern oder zu erschweren. Seine Macht liegt in Worten und Blicken, in geringen, unbedeutenden Dingen, die unmöglich abzuschätzen sind. Trotzdem ist das Glück, das er ermöglicht, so groß, als hätte es sein ganzes Vermögen verschlungen. Als Scrooge den Blick des Geistes sah, hielt er inne. »Was ist los?« fragte der Geist. »Nichts.« »Aber ja doch, mir scheint dich beschäftigt etwas.« »Nein, nein. Obwohl, wenn ich vielleicht meinem Gehilfen einige Worte sagen könnte...« Der Geist erinnerte daran, dass seine Zeit nur kurz bemessen sei. »Rasch!« rief er. Da saß Scrooge abermals sein Ich. Diesmal war er älter, ein Mann in den besten Jahren. Und er saß neben einem schönen jungen Mädchen in schwarzen Kleidern. Ihr Gesicht war Tränen nass. Da war er als ein Hahn. Geist erinnert. Vielen Dank.